Hallo, 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 hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich super über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und heute zeige ich euch den Inhalt meiner Trendraderbox und ich war so gespannt und ich konnte es einfach nicht mehr abwarten, dass ich die Box schon ausgepackt habe. Also ich weiß bereits, was sich da drin befindet und ich bin gespannt, wie euch der Inhalt gefallen wird, denn ich bin wie immer begeistert. Und da sind echt ein paar tolle Produkte drin, beziehungsweise alle sind toll. Das ist wieder die vegane Edition und du kannst auswählen zwischen einer normalen oder einer veganen Box. Ja, und mit dem Rabattcode, den ich dir jetzt hier einblende, bekommst du auch noch Rabatt, wenn du dir die Box auch bestellen möchtest. Ich lasse die da unten stehen, ich zeige sie dir kurz. Denn die ist relativ groß und etwas unhandlich, deswegen lasse ich sie da unten stehen. Ich habe hier wieder alle Preise und kann dir genau sagen, wie teuer jedes Produkt ist. Die Box wurde gepackt von Danny. Dankeschön, Danny. Und wir starten jetzt direkt mit dem ersten Teil. Und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Hier ist von Yulia. Eine Packung Bio-Paranuskerne drin. Und ich liebe Paranus. Die sind so lecker. So schauen die aus. Das sind Paranus-Nusskerne. Paranus-Nusskerne. Ich liebe die einfach sehr fair trade. Und bevor wir jetzt hier Geräusche machen, schlage ich einmal die Seite auf. Und die Packung kostet 3,99 Euro. Und unter jedem Produkt stehen auch Symbole. Also kann man sehen, ob das Cruelty-Free ist und so weiter. Da steht jetzt zum Beispiel, das ist Cruelty-Free, vegan, was heißt das, Blood Bio und Organic. Und Fair and Social. Dann gibt es noch Plastic-Free and Upcycling und Trends und Innovations. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du auch so gerne Paranus isst. Hier steht zum Beispiel drauf, Wildernte zu 100% aus Natur belassenen Regenwald von Hand gesammelt. Hier steht zum Beispiel drauf, Wildernte zu 100% aus Natur. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar kenne ich die Firma Justice Spices, habe aber selber kein Gewürz davon. Vielleicht habt ihr die Verpackung schon mal gesehen. Und das ist Bratapfel-Gewürz, ein Bratapfel-Gewürz. Finde ich sehr cool, denn ich liebe Bratenäpfel. Früher habe ich mir das ganz, ganz oft gemacht. Oder meine Eltern mir. Wir hatten auch damals einen Kamin. Und damit konnte, also daran konnte man die auch immer total gut machen. Ich habe das so lange nicht mehr gegessen. Das ist echt, ich muss das eigentlich nochmal machen jetzt. Diesen Winter. Ich glaube, das ist 2021. Okay, wir gucken mal, wie teuer das Ganze ist. Und zwar kostet es 94. Das ist auch vegan und cruelty-free. Und Trends and Innovations steht da noch bei als Symbol. Und zwar so. Okay. Okay, machen wir weiter. Mit dem nächsten Produkt, und zwar, das hatte ich schon mal in der Box, aber ein anderer Geschmack. Und zwar ist das die Glück Marmelade mit dem wunderschönen Wagner. Glück aus roten Trauben. Klingt sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall. Und die kosten 2,49 Euro. Vegan und cruelty free, trends and innovations, das heißt das andere nochmal, plastic free and upcycling. Wenn du davon ein Produkt kennst oder auch selber zu Hause hast, darfst du mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Es haben auch schon mal welche in die Kommentare geschrieben. Also, ich weiß nicht, das waren vielleicht zwei Kommentare, die ich mich jetzt erinnere. Oder, dass das nicht irgendwie ein bisschen Verschwendung ist. Oder auch halt, ja, unnötiger Konsum, das sehe ich aber anders. Denn man weiß nie, wie derjenige selber lebt. Also, in dem Fall ich. Und ich achte schon sehr auf meinen Konsum, denn ich brauche keinen übermäßigen Konsum, um glücklich zu sein. Und das bin ich auch ohne, denn ich habe allein schon meine Tiere. Und ich gehe echt wenig so Deko shoppen oder Klamotten shoppen. Ja, und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man sich mal so eine Box irgendwie bestellt. Und wenn ich mal irgendwas nicht davon gebrauchen kann, zum Beispiel ist da eine Sache drin, die werde ich weitergeben an meine Mutter. Dann werde ich es halt eben weitergeben für eine Person, die das wirklich gebrauchen kann. Oder ich verlose das, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Jeder sollte erstmal bei sich selber anfangen. Und nicht darauf gucken, was andere Leute falsch machen. Oder vermeintlich falsch machen, wisst ihr, was ich meine. Keiner ist perfekt. Und, ja, wir machen mal weiter. Und zwar ist das dieses Produkt, was ich an meine Mutter weitergeben werde. Und zwar ist das ein Anti-Stress-Serum von Leo & Pinky Berlin. Ja, vegan, pH-neutral, äh, kein Palmöl. Was steht da oben? Ja, Naturkosmetik. Mal auf. Ja, und zwar gucken wir mal. Das war nämlich das teuerste, glaube ich, aus der Box. Das kostet geschlagen um 45 Euro. Wir haben dir daher eine gute Portion Pflege in deiner Winter-Glow-Box gepackt. Die Seren und Cremes von Leo & Pinky sorgen im Atomdrehen wieder für einen frischen und vitalen Taktor. Tö. In deiner Box findest du entweder das Anti-Hang-Over oder Anti-Stress-Serum oder die Gesichtspflege für normale oder sensiblaut. Und, äh, das Stress-Serum hat jetzt zum Beispiel Fair & Social, Vegan, Bio & Organic und Plastic-Free & Upcycling. Ja, und für 45 Euro, das ist schon echt eine Menge. Also, ich kann das mal kurz rausholen. Das heißt, auch so mache ich die gute Verpackung. Hier ist ja so eine kleine Bibette drin. Ich kannte die Marke vorher noch nicht. Das finde ich nämlich auch cool bei den Boxen. Da wird man nämlich auf neue Marken aufmerksam. Und gerade, wenn man, ja, Richtung Vegan gehen möchte, ist das cool, neue Marken kennenzulernen, die man vielleicht im Supermarkt oder in der Getrogerie übersehen würde. Oh, das riecht lecker. Gerade kam der Duft so in meine Nase. Ich muss nochmal kurz dran riechen. Oh, das riecht voll lecker. Sehr frisch. Ich meine, ich könnte das eigentlich auch benutzen. Aber ich weiß, dass meine Mutter gerne solche Serien und sowas benutzt und austestet. Deswegen gebe ich das einfach weiter. Weiter geht's. Da sind nur ein paar Sachen drin. Und hier war noch dieses Förmchen drin. Voll süß. Das werde ich auch morgen benutzen. Das werde ich auch morgen benutzen. Denn ich werde zur Dory fahren. Ich kann es jetzt sagen. Und am 24. kommen dann unsere Videos. Ich freue mich schon sehr. Das Förmchen ist von Backfreunde und kostet 1,75 Euro. Plastik- und vegan und cruelty-free. Das will ich ja wohl hoffen. Bei dem Aussteck für ein Ausstechförmchen. Dann war hier drin Zero-Waste-Geschenkverpackung. Auch sehr interessant. Kann man sogar waschen. Hier hinten kann man sehen, was man damit alles machen kann. Und das Design finde ich auch voll schön. 100% Organic-Cotton-Cotton. Und das kostet 14,95 Euro und ist von Trend Raider. Also von der Marke, wo auch die Box herkommt. Finde ich auch ne super coole Idee. Wobei ich sagen muss, dass es auch Geschenkpapier gibt, was ich richtig schön finde. Und ich packe irgendwie selber selten Geschenke ein, glaube ich. Also ich nehme immer so Reste, die halt noch da sind. Und diese Reste sind halt wirklich extrem lange immer da noch. Aber wenn es dieses holographische Geschenkpapier gibt, das finde ich halt richtig, richtig schön. Und freue mich, wenn ich dann so Geschenkpapiergeschenk bekomme. Aber ja, ich finde es trotzdem sehr cool. Und wenn man jetzt vielleicht sehr oft was verschenkt oder, keine Ahnung, halt viel zu oft, also was heißt viel zu oft, wäre bestimmt was viel zu oft ist. Wenn man öfter mal Geschenke vergibt und halt viel Geschenkpapier benutzt, ist das, glaube ich, ne gute Alternative. Das ist 55 x 55 cm groß. Weiter geht's mit einer Kette von Fiella. Hab ich bestimmt falsch betont oder ausgesprochen eher. Und die kann ich mal zeigen. Das ist so ein schwarzes Bändchen. Ist das ein Holzblättchen und hat hier Umrisse. Was ist denn schon wieder da los? Wir haben es so spät. Ja, auf jeden Fall ist hier so ein Umriss von Bergen. Was ich auch sehr, sehr süß finde. Die kostet 15 Euro und... Ja, die kostet 15 Euro. Und wenn jetzt jemand von euch da bestellen möchte, mit dem Gutscheinkauf Trendradar, kannst du unter Fiella Pond World versandkostenfrei innerhalb Deutschlands einkaufen, gültig bis zum 24.12. ab 25 Euro einkaufswert. Vegan und Plastik-Free. In der veganen Variante findest du anstelle des Lederbandes ein eingewachstes Baumwollband. Vielleicht verlose ich diese Kette sogar mal. Aber ich sage euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Bisschen Gas geben hier. Und zwar habe ich hier einen Stift drin. Und zwar ist das ein Eipenzel, ein schwarzer. In einer Papierverpackung. Den habe ich zum Beispiel auch meiner Mutter versprochen, weil ich sowas gar nicht benutze. Und sie können das halt voll gut gebrauchen. Der kostet 14,95 Euro. Der ist jetzt beispielsweise Bio und Organic. Und Trends und Innovations. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass da nicht steht, vegan und cruelty-free. Das heißt, es könnten sein, dass Tierversuche ja gemacht worden sind. Aber das wusste ich bis vor kurzem zum Beispiel auch noch nicht, dass vegane Sachen nicht gleich heißen, nicht an Tieren besessen. Da muss man auch nochmal extra drauf achten. Dann war ich hier von Charlotte Manson. Eine Creme-Maske Sandhorn-Lizitin Creme-Maske C-Buck-and-Horn-Lizitin Okay. Das riecht auf jeden Fall extrem lecker. Komm her. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die sein wird. Und die kostet 10 Euro. In der Box befinde, findest du entweder die Feuchtigkeit, die Erfrischung, die Creme oder die Reinigungsmaske. Ja. Meine Mutter sagte schon, alles, was mit Sandhorn ist, kann nur gut sein. Aber ich wollte noch sehen. Das ist cruelty-free und vegan. Organic und Trends and Innovations. Das nächste ist von Elia Sahil. Die Reinheit der Natur für die Schönheit in dir. Naturkosmetik Ich habe das gar nicht voll nah gezeigt, glaube ich. Ja. So sieht die hier aus. Und das ist es, das andere. Ich weiß noch gar nicht genau, was das ist. Da müssen wir jetzt mal nachschauen. Gehalten sind die Top-Produkte des Labels Bio-Shampoo, Amla, Bio-Shampoo-Rose, Bio-Shampoo-Drachenblut, Biomaske, Spirulina und Bio-Zahnpulver, Ingwer. Alle Produkte sind aus rein natürlichen Inhaltsstoffen unter 200% biologisch abbaubar und kompostierbar verpackt. Na, wenn das mehr keine tolle Beschärbung wird. Das ist Vegan, Crotative-Free, Bio- und Organic Plastic-Free und Transcend Innovations. Ich mache das mal ganz kurz auf. Biomaske, Spirulina, Tiefenreinigung und Tautstreffend. Spirulina habe ich als Pulver für meine Smoothies. Bio-Shampoo-Drachenblut für Kinder. Für Kinder ist es immer gut, weil dann ist auch echt kein Ramsch drin. Aber das ist ja sowieso alles natural. Bio-Shampoo, Amla, Glanz und Fülle. Da bin ich ja echt mal sehr gespannt. Das hört sich mega interessant an. Bio-Zahnpulver, Ingwer. Und Bio-Shampoo-Rose, Glanz und Volumen. Solchen Labels traue ich auch eher, wenn die schreiben, Glanz und Volumen. Ähm, ja, mehr als so großen Firmen. Wo das wenig stimmt. Hier steht auch noch jeweils ganz viel hinten drauf. Mit Heil Erde, wisst ihr diese Maske zum Beispiel? Ja, dann kann das nur Bombe sein. Da freu ich mich schon sehr, das zu benutzen. Wie teuer war das nochmal? Projekt Blühende Wiesen für den Bienenschutz. Sozial und fair, Arbeitsbedingungen, bio-zertifiziert, vegan, ohne Tierversuche, hundertprozentig. Klingt doch super. Acht Euro. Top. Wirklich top. Da freu ich mich richtig drauf. Und das letzte kommt auch, wie gerufen. Das ist von Rita Serrano, Simply 7, einfach gesund kochen, mit nur sieben Zutaten. Und ich versuche gerade, also ich ernähre mich ja vegetarisch und suche dafür noch neue Rezepte. Momentan gucke ich immer auf Chefkoch. Aber so ein Kochbrot-Samen ist schon mega cool, aber ich wusste halt nicht, welches ich mir bestellen soll. Und habe es deshalb noch nicht getan. Und ich freue mich sehr über dieses hier. Hier stehen noch Smoothies drin. Ich zeige dir, die haben wir das auch gemacht. So schaut das aus. Müsli. Ganz viel Salate standen da drin auch. Zum Packen ist ja auch ganz viel drin. Oder sowas wie Zucchini-Caneloni mit Kürbisseilbeifüllung. Hört sich sau lecker an. Sorry. Ja, also über dieses Buch freue ich mich richtig drüber. Vor allem ist das, glaube ich, komplett fekal, wenn ich mich jetzt nicht bewege. Das kostet übrigens 25 Euro. Das war's auf jeden Fall mit den ganzen Produkten. Schreib mir doch gerne, was dir am meisten gefallen hat. Und ich verabschiede mich. Ciao, ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye, bye. Ciao, tschüss. Bye. 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 Vielen Dank.